hallo und herzlich willkommen ich bin IPNX und ich begrüße euch zu Star Wars All Public Jahr und wir machen uns auf dem Weg zu den Landebahnen wo wir die Schiffe zerstören sollen und da begeben wir uns jetzt mal auch direkt hin da kann ich besser hier rechts rum fahren ja Darth Arro oder Lord Arro ne Darth Arro ist er ja der geht absolut in der Offensive und wir werden versuchen ihn aufzuhalten indem wir seine Tarnflotte ausschalten werden ich hoffe das klappt alles so ich wenn ich mich nicht ständig hier verfahren würde so aber die nächste ist es jetzt ja sind auch schon wieder welche wir können besser die hier ziehen als die anderen oh shit oh shit machen wir das so dann zimmern wir jetzt mal ein bisschen da rein äh heilung na geht doch haben wir doch noch knapp überlebt so dann wollen wir mal Lord Helmchens kleine Flotte da zerstören aber wie da da das soll wer hier rauskommen hätte ich jetzt aber nicht gedacht so dann fliegen wir direkt zum zweiten hin und das nehmen wir natürlich dann auch direkt auf scoren da da hinten ist es schon oh shit oh shit oh shit ich gehe mal direkt hier drauf naja kann sich um den rest kümmern jetzt nicht gedacht und nu na dann poppen wir uns mal zur republikanischen wegstation da sollen wir uns bei bedbar melden mal gucken was der alte gute bedbar zu sagen hat hier ist auch schon der rest